Hallo, herzlich willkommen zu VLG32, Let's Play FIFA 17, FIFA Ultimate Team mit Vampiron im UFC. Wir spielen den Leagues Trial Cup, jetzt gegen Swansea City im Viertelfinale nach dem 2-1-Sieg. Oh, da werden wir den Vertrag kochen, mit Bizarro verlängern wir den schon. Ich finde den ja echt ganz gut. Hat jetzt ja auch ein Tor gemacht, hat er sich sozusagen. Den Vertrag verdient. Was die Erschöpfung angeht, der Manni braucht eine Pause und auch der Ramos. Neven kann wieder spielen. Spiel da bitte rechts. Außerdem kann der Didavi. Nein. Rechtswerte Überlegung, den Fittern einzusetzen, also dich. Oh, du bist verletzt, das ist aber sehr schlecht. Vier Spiele verletzt. Sehr, sehr schlecht jetzt. Hier ist noch der Costa. Ne, den Pulis ist natürlich nicht tauschen. Wer wird nicht spielen? Du wirst wahrscheinlich nie mehr spielen. Für diese Mannschaft zumindest nicht. Jetzt brauchen wir noch einen defensiven Mittelfeldspieler. Das wäre der Guillen. Ich denke auch, dass der jetzt zum Einsatz kommen wird. Auch wenn dann die Team Chemie etwas sinkt. Auch gut, hier ist nur ein Brasilianer dabei. Rechtshinten, wer ist denn da meine Alternative? Genau, der Passvergast geht jetzt eigentlich in diesem Turnier. Schauen wir mal. Gegen Swansea. Ungefähr gleich starke Teams. Dann spiele ich hier mein Baria. Schwarz und ihr spielt den Weiß. Ach Gott, da geht es schon wieder los hier. So. Hier ist der Kickoff. Und das Spiel ist auf der Weg. Ich bin nur hinter dem Herglaufen. Das ist... Ich bin nur hinter dem Herglaufen. Neben ist ja wieder dabei. Das heißt, jetzt noch mehr Gefahr bei den Ecken. Und jetzt geht es um seine Trau hier. Jack Corb. Ah, sehr gut. Hätte ich sein können. Felipe. Andres Schürrle. Die M. Dempele. das kann ich nicht sparen beim bezahl der pass war eh nicht gut aber ich werde gehofft dass der hinterläuft täler das ist nicht so viel das ist das muss ich aber doch britte die weise der wahl wir waren das master gern danke das war verdient gewesen ich dann verkassieren schade schade hätte ich lieber geschossen er kann jetzt einfach schon gut in der ballkontrolle was die fänder to it first gilfie sigurdsson tacky well here good past he tried his luck dm andre schule jetzt geht es zu lange gewartet mit der flanke war es zu spät aus was was good progress with this attack probing away trying to find room for a shot maybe and in goes the cross the crossing is a skill and that's not a very good example of it they've spoilt the promise of that attack schade das war mir so klar super felipe der profanische innenverteidiger muss abbrechen die check da winkte noch und dann das so in now on the attack here station given away once more jefferson montero got 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 was ohne te kam bei dat die flexion sagte danger der wird aktuell in renn 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 nachmann wird auch ein sohn rangel jack kohl gilfie sigurdsson und gott abseits aber diesen schlechter Er hat einen wirklichen Rettung. Er war in der richtige Zeit, er hat nicht gewonnen. Er hat sich nicht gewonnen. Jack Cork. Routledge versucht, die Angelegenheit zu verändern. Er hat sich in den Angelegenheit gewonnen. Der Ball hat sich in den Angelegenheit gegeben. Der Angelegenheit hat sich in den Angelegenheit gehalten. kann das team kann play sustained attack in football but when they lose it as they've done now it's just the risk that they might get caught out wayne ravelich schade schade das wir sehen wie die klaren chancen was deine mitte der first touch schuss waren wir sie optimistisch vielleicht andrea moving forward with some danger to the opposition now they're here and it goes the cross people comes and claims it and no great rest for him dme andre surely time they challenge being moved around nicely here with this passing guy just working away to try and find an opening swansea city a change coming up rangel britain gilfee sigurdsson quick tempo to the passing the opposition can't get near them and that's why the referee is pointed for a free kick here there is the wall doing its job call it and that will end the threat at least for the moment defender to it first to to here to here very good now he's got the ball block what's he gonna do with it here's a chance to attack attack was looking good now the opposition have a chance well we're two thirds of the way through the 90 minutes half a time shot jack cork taylor could be dangerous trying to find a way through here troving away they've linked up well but that looks promising but he's been stopped it's bad into the attacking third well I've got a corner out of that bit lucky it was deflected and it's not just deflected and it's gone out for a throw so leon britain and the cross comes in now and it's the goalkeeper's ball quite clearly a wasted cross 20 minutes of the 90 still to play come on a follow-up challenge jefferson montero spotted that well and intercepted well now he won the ball back in the middle of the park by intercepting that pass for our baston trying to switch on the attacking power in this situation crosses in well the goalkeeper will hope that it stays like that throughout the game well here well it could be off in with the chance it doesn't save by the goalkeeper in full stretch near given chance to cross for lukas prizek they cope with it well defensively schade schade leon britain jack cork brennen die da wie good forward play from them the cross coming in oh man nicely played through ball abseits 100 meter timing doesn't need to go as soon as he did there rest come back to do with that earlier incident yellow card he's one of my favorite refsie doesn't miss much this luck short passes keeping the ball they've got a great shot they could tip the balance now if they take the corner right and that's what we've had so far in terms of corners so much pitch foul by the goalkeeper at full stretch well at first sight Alan I must say it didn't look like a goal but it's good to have the replay because that helps us if it's tighter but that was well already one of the tighter issues no I think we all knew it wasn't over although one or two of the forwards were appealing with arms up but that replay that confirms it Jack called well that'll show you next jefferson montero there's the ball in the very first who goes in Das gibt es doch nicht. Zu eng. Zu langsam. Da ist der dumm. Aber das war es eh. Das ist doch echt scheiße. Sehr frustrierend. Ich hatte auch nur drei Schüsse. Das ist echt wenig. Das wird Cup jetzt eigentlich noch da. Oder ist der jetzt verwirkt. Der ist noch da. Und dann der Liga. Aber hierauf habe ich keine Lust. Das Brause Pack ist mir egal. Das hier werden wir spielen in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.